Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64 mit Lenky, dem kleinen Schlawiner, geht es hier auch weiter. Ich bin noch so auf der Tour, alles einzusammeln, aber auch schon gespannt, was uns doch am Gegner erwartet. Und er macht aber Splash, Double Splash. Okay, tot. Gut, da haben wir das Schild auch für ihn. Da haben wir Donkey Kong, da haben wir Diddy, okay. Da haben wir noch was zum Öffnen. Okay, da haben wir ihn noch. Ich bin gerade groß und spannend, weiterzugehen. Da habe ich gerade ein bisschen Lust drauf. Da haben wir Diddy. Da müssen wir, glaube ich, die Nummer da ranrammeln. Ich weiß es nicht. Na, wir können es ja, warte mal, wir können doch nachgucken. Haben wir so viel denn? Was kann man da sehen? Ja, wir haben auf jeden Fall, sind wir drüber. Okay, wir sind, wir könnten den Boss machen. Ich würde gerne jetzt aber erstmal ein bisschen mit den anderen hier rumspielen. Weil da ist ja noch einiges offen, besonders der Tower in der Mitte. Ist für uns offen. Nee, da nicht. Nee, das war der nicht. Oder was ist da oben? Ich double Splash. Nee, da wollte ich nicht, danke. Oder nehmen. Sie kann man auch immer. Und... Punch. Warum man dann hier noch eine... Türen macht, das weiß ich nicht. Kann man ja eh nur dadurch aktivieren. Okay, eine Toybox. Das heißt, hier werden gleich irgendwelche Monster erlösen. Sich gleich hier hinverziehen. Gab es hier nicht einen Ballon? Ich meine, ich hätte doch einen gesehen hier. Kann mich natürlich auch irren. Ich bin ja felsenfest überzeugt, dass irgendwas hier rum gesch... Da. Da haben wir es. Das ist der Ding, das wir ihnen schon mal... Ready, ready, ready. So. Die werden uns bestimmt jetzt ein paar Monster erwarten. Aber nur ein paar hoffentlich. Ah, daneben ist aber auch ein Spiel. Ah. Okay, special effects. Okay. Out up. Domino Boys. ... Weil... Kann ich gar nicht. Schade. Ah. Ein Riesen-Dominoboy. Box Oh, ich muss auch was nehmen Da gibt's noch eine Banane für Glück gehabt Das ist super gelaufen Das ist für ein Sidekick Er hat auch schon drei Donkey Kong ist ein bisschen im Verzug Aber das kriegen wir schnell hin Was macht er jetzt hier für... So ein Sidekick so... So an die Wand springen jetzt so... Er ist schon ganz geil An die Wand An die... Bodycheck Fang mich, Papa Nach dem Motto Fang mich Das ist auch noch so ein Ding Ich höre die schließen sie auf jeden Fall Die müssen wir eh immer ganz rum Die kann jetzt schwer sein Wenn wir noch mal sind Dann kommt er irgendwie mit gegenram Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall Hätte wir alle Nüsse verschießen Ja Okay Den haben wir Den haben wir auch Und sind denn so viele hier Neuner 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 Komisch Ähm Er ist sie gerade Okay So... Bestimmt müssen wir eh alle öffnen Ach so ein komischer Okay Ich löse das Problem einfach mal so Hier geht es ja Gott sei Dank Weise Tod Oder auch nicht Und wenn wir endlich haben ist das natürlich lustig Okay Dann machen wir jetzt äh 4 3 Äh 3 1 4 2 Das ist 3 1 2 3 Oh, die kann man ja so boxen. Okay. Ja, sie gehen wirklich einfach. Ich glaub das alles ist ein Mischmasch aus den anderen oder so. Haben wir. Eins, drei, vier, zwei. Neunzehn. Drei. Vier. Und zwei. Oh. Mischmasch oder irgendwas Großes. Bienen. Können es auch sein. Bienen und Wurbert. Okay. Ich versuche einmal so. Vielleicht kommen die Bienen runter. Wollte ich auch nicht. Ich bin bekloppt. Wuhu. 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 So. Ender Slip Action. Obo Tabine. Wuhu. 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 Ah jetzt kommt ne Banane. Banane. ich will dann was auf was das passt doch passt doch nimmst du die banane doch gekommen ist ein rückzug mit einer banane die alarm drei hier schon vielleicht kommt sie noch aber ich würde sagen damit die dies raum erledigt haben klein catch weiter dann würde ich sagen hoffe jetzt gefallen lasst die bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten mal bei doch gekauft in der fläche dabei und tschüss